Ja, ich denke, auf St. Pauli hat man natürlich keinen leichten Start und ich denke, wir haben das aber defensiv ganz gut gemacht, sind gut gestanden. Ich denke, mit dem Punkt konnten beide Mannschaften leben und wir auch. Am Schluss hatten wir noch gute Chancen, aber ich denke, jetzt sind wir erst mal froh über den Punkt und jetzt schauen wir schon auf das nächste Spiel. Ja, ich denke, allgemein hat man gesehen, dass wir schon als Team zusammengerückt sind. Klar, die Jungs von letztem Jahr haben natürlich den Schwung mitgenommen und da merkt man, dass man schon eine Einheit auf dem Platz ist und ich denke, das hat schon mal einen großen Ausschlag gegeben. Nee, auf jeden Fall, das Team hat mich super aufgenommen, ist eine super Truppe, also kannst mit jedem irgendwie ein bisschen quatschen und sind echt alle offene Jungs und haben es auch leicht gemacht für uns neuen Spielern oder für mich und ja, hätte nicht besser sein können. Ja, wie du schon gesagt hast, ich spiele gerne auf beiden Seiten, das ist bei mir egal, aber ich denke, ich bin eher so ein Dribbler, also ich mag, wenn ich einen Ball im Fuß habe und eins gegen eins Situationen gehen kann und ja, Vorbereitungen machen kann. Also in letzter Zeit muss ich halt oft essen gehen, abends, wird natürlich bei Mannschaftskollegen oder auch in Chris Nöte, der auch jetzt nur noch im Hotel war und dann sind wir natürlich in die Stadt immer rein, wo die Restaurants sind und ja, ich denke, das wird sich aber jetzt dann erst herauskristallisieren, wenn ich jetzt meine Wohnung habe und mich mal wirklich frei bewegen kann. Ja, ich bin seit gestern, habe ich meine erste Nacht in meiner neuen Wohnung geschlafen, darum bin ich jetzt voraus im Hotel leben, ins normale, private Leben zurückzukehren und einfach nach Hause kommen und auch einfach mal relaxen wieder. Ja, das war jetzt auch wieder Zeit. Ja, klar freue ich mich auf das erste Heimspiel, außer es war schon der Support super, muss man echt sagen, war ja voll die Auswärtstribüne und jetzt natürlich hier zu Hause vom Publikum freue ich mich schon drauf. Boah, ich denke, es ist gar nicht so leicht, momentan einzuschätzen, weil natürlich mit einem neuen Trainer das Spielsystem sich besser geändert hat, aber ich glaube, die wollen es mehr spielerisch machen. Ich glaube, letztes Jahr haben sie extrem viel gekontert, ich glaube, jetzt versuchen sie mehr zu spielen, aber da wird unser Trainer nochmal gut darauf einstellen. Ja, falls ihr mich fragen sollte, da kann ich natürlich ein paar Tipps geben, aber ich denke, da ist das Trainerteam top eingestellt und die wissen das genauso oder besser als ich, wie sie spielen wollen. Ja, ich hoffe so lange wie möglich, dass wir zu Hause so viele Punkte wie möglich mitnehmen und wenn man zu Hause gut steht, dann kann das eine erfolgreiche Saison werden. Ja, ich will auf jeden Fall torgefährlicher werden, mehr Zug zum Tor noch in meinen Spielen haben und natürlich noch mehr Strafraumsituationen haben. Engagiert, Sprinten, Dribbling.